Willkommen zurück bei Crusader Gangs 3 und heute geht es um ein Update, das herausgekommen ist. Die Nerfs sind da, das heißt all die schönen Dinge, die ich euch gezeigt habe, sind zumindest schwerer zu erreichen, wenn wir zum Beispiel mal den Eroberer nehmen. Also schauen wir uns einfach mal an, was dieser Patch gebracht hat. Er hat einiges an Veränderungen wieder mitgebracht, bald kommt ja schon das nächste DLC. Dementsprechend wird es wahrscheinlich der letzte Patch vor Wandering Nobles am 4. November sein. Vorab schon mal, wir werden uns nicht jeden einzelnen Punkt durchkücken, das wäre einfach viel zu viel. Da würde ich hier 30, 40, 50 Minuten quatschen. Und wenn ihr irgendwelche anderen Informationen, Tutorials oder sonst was haben wollt, playthroughs, dann schaut einfach bei meinem Kanal vorbei. Diese ersten Änderungen finde ich gar nicht so interessant, aber es ist wohl so, dass das Administrative Reich durch ein neues Interface mehr Möglichkeiten hat, Gesetze zu ändern, auch unabhängig vom imperialen Gesetz, also vom imperialen Bürokratie, wie es hier steht. Außerdem kann man mehr beschränken, wie in ein inhaltreiches Krieg geführt wird, sodass die Grenzen einigermaßen gesichert sind. Finde ich insgesamt ja ganz okay und man kann wohl auch die Gouverneure davon abhalten, außerhalb Krieg zu führen, sodass man seine Grenzen halt in seiner gewünschten Form sichern kann. Viel interessanter ist das direkt das nächste Free Features, denn hier haben wir einen Punkt, der extrem wieder etwas zurückführt. Denn wir hatten ja das Kampfsystem so geändert, dass es 10% pro Vorteil gab und damit man mit 10 Vorteil schon 100% mehr Schaden macht mit seinen Armeen. Was eben ein extremer Game Changer war, man musste viel mehr auf Gelände achten, die Befehlshaber hatten mehr Bewandtnis und so weiter und so fort. Eigentlich eine coole Änderung, die wurde aber erwartbar eigentlich sogar nochmal umgeändert. Wenn wir hier unten gucken, edit a new game rule to adjust the amount of damage gained by point of advantage in battle. Das ist erstmal eine Idee, dass es hier ein neues Ruleset gibt, also ihr könnt in Spieleinstellungen einfach sagen, okay, ich möchte das gerne 1, 2, 5, 7 oder 10% sein lassen und das wäre die Möglichkeit, die ihr habt. Denn ihr seht direkt beim nächsten Punkt, das ist zugehörig. Ja, generell, wenn ihr es nicht umstellt, bleibt es bei 5%. Das ist immer noch mehr als früher. Wir hatten früher 2% vor dem DLC, jetzt sind wir bei 5%. Das heißt, jedes Mal ein Advantage heißt, ihr habt 10 Vorteile, dann kriegt ihr 50% mehr Schaden wieder runtergesetzt von den 10%. Aber es ist cool, dass wir hinzugefügt haben, dass wir es trotzdem noch haben können. Wenn wir wollen, können wir eben im Spiel diese Parameter wieder ändern, sodass 10% wieder möglich sind. Oder wenn man vielleicht ein Anfänger ist oder da ein bisschen Angst vor hat, kann man auch niedriger stellen. Würde ich jetzt nicht empfehlen, aber es ist halt möglich, dass ihr da selber ein bisschen das Spielerlebnis anpasst, was ja immer eine sehr gute Sache ist. Und jetzt kommen wir zu einem der großen Punkte. Es fängt hier an und geht die ganze Zeit durch den ganzen Patch weiter. Denn wir haben hier vermehrte Kosten für die Kriegsvölker, die ihr als Abenteurer geben müsst. Mit Provisionen um 68,75%. Wenn ihr mein eroberer Video gesehen habt, dann wisst ihr, dass das lächerlich billig war, die aufzufüllen und zu stacken bis zur Unkenntlichkeit. Und das ist so ein bisschen das Thema des ganzen Patches, zieht sich hier durch. Und hier haben wir schon den ersten Punkt. Um 68% bedeutet natürlich ein deutlicher Anstieg, wenn ihr mit Provisionen irgendetwas bezahlen wollt. Haltet das also im Kopf, wenn ihr das nächste Mal ein Abenteurer spielt. Das wird nicht mehr ganz so einfach, so Kriegsvölker zu stacken. Das kommt auch nochmal jetzt gleich in weiteren Punkten. Ganz spannend für die Plünderer unter euch ist es, dass jetzt auch diese Frontier-Themes, also diese Grenzthemen, die ihr bei der administrativen Verwaltung haben könnt, auch Überfälle durchführen können. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Überfälle gibt es ja sonst nur mit den Piratentraditionen. Und das war es dann. Dann kostet es auch noch Prestige. Ihr könnt es aber jetzt als Administration ein Thema oder selber, wenn ihr ein Thema spielen wollt, erlauben, dann plündern zu gehen. Was eine ziemlich coole Änderung ist. Thematisch könnte das natürlich sehr dabei helfen, dass diese Grenzbesetzungen natürlich stärker werden und euch eben auch im Reich mehr Vorteile bringen oder euch selber einfach ein anderes Spiel herangehensweise bringen. Wenn euch natürlich dann gleichzeitig der Lehnsherr verbietet, aus dem Krieg zu führen, ist es irgendwie ein bisschen schwierig. Aber man kann zumindest ein bisschen Profit daraus schlagen, dass man die Nachbargebiete plündert. Der nächste Nerv für die Abenteuer kommt dann in der Form davon, dass ihr Besitz zu mehr gründen konntet, die sie ja irgendwie verpachten konntet und damit relativ viel Geld bekommen habt. Das Ganze war manchmal ein bisschen komisch. Nicht ganz so ohne Bugs. Deswegen habe ich es jetzt nicht so oft benutzt, ehrlich gesagt. Aber wenn ihr halt einen hohen Verwaltungscharakter hattet, konntet ihr das immer nutzen. Aber ihr habt jetzt auf jeden Fall wesentlich weniger Geld. Ihr konntet sonst immer so 150 pro Jahr bekommen und das wird jetzt deutlich weniger werden. Ein bisschen schade, dass man daran geht, weil es ja doch irgendwo eine friedliche Methode ist, etwas Geld zu bekommen. Generell braucht man das Geld ja schon, damit das Spiel auch irgendwie Spaß macht als Abenteurer. Aber es ist halt das Thema und ich kann es auch verstehen, die Abenteuer waren halt einfach viel zu krass. Gerade wenn wir es mal in Perspektive stellen, 867 zu den anderen Völkern drumherum war man halt ein absoluter Warlord, der größer war als teilweise Kaiserreiche. Wiederum für die Verwaltungsregierung ganz wichtig, es gibt jetzt die Möglichkeit, Unabhängigkeit zu gewähren, für nicht die Jure-Leute oder Vasallen. Und genauso könnt ihr auch Stammes-Vasallen jetzt herauslassen. Außerdem scheint es offensichtlich zu sein, was ich ja schon mal im Administrativ-Video gezeigt hatte, dass man als administrative Regierung nicht mit diesen Schämen spielen soll. Hier steht nochmal extra, als administrative wird es sogar noch teurer, diese Stammes-Grafschaften so zu feudalisieren, dass sie damit auch wirklich was spielen können, statt einfach nur auf einer Truppe rumzuhängen. Das heißt, bei 25% wirkt das teurer, wie man hier sehen kann. Und es ist einfach so, dass das Verwaltungsreich soll nicht dazu angeregt werden, Stammes-Land zu erobern, weil es halt Schwachsinn ist. Ein bisschen komisch, dass man dann in diesem Halbzeit unten sagt, ja, aber dass jemand anders kommt, um es zivilisierter zu machen, bevor man es selber erobert. Das kann man hier unten sehen. Finde ich ein bisschen komisch, aber ich verstehe schon, so ein Verwaltungsreich sollte nicht mit Stammesreich zusammen agieren. Das passt einfach nicht so richtig. Und danach kommen wir zu der Liste, die halt, ja, den Abenteurer deutlich bufft. Da brauche ich gar nichts zu markieren. Das ist nicht die ganze Liste, die wir eigentlich hier sehen. Diese Veränderungen sind aber noch relativ okay. Hier geht es einfach darum, dass man den verschiedenen Berufszweigen der Abenteurer eine größere Bedeutung gibt. Das heißt, viele von diesen Kriegsvolkregimentergrößen, von verschiedenen Buffs wie mehr Rittern und so weiter, werden von den Gebäuden weggezogen und eher halt in diese Berufszweige, also zum Beispiel diese Mietklingeln hineingesetzt, sodass ihr diese Kriegsvolkregimentergröße nur als Mietklingel bekommt oder als Legitimierer, aber eben nicht bei den anderen. Außerdem werden generell die Sachen von den Gebäuden herausgezogen, wie gesagt, sodass ihr halt wirklich mehr darauf Acht geben müsst, was ist eure Idee. Zum Beispiel, dass die Freibeute drei Ritter automatisch hinzubekommen und dass man acht von diesem Limit bei den Mietklingen und den Legitimierern hat. In meinen Augen verhindert das nicht das Problem, dass die Legitimierer oder vor allem Mietklingen, ich meine, Legitimierer muss man ja wirklich einen starken Anspruch haben, aber die Mietklingen halt trotzdem extrem stark sind. Aber es ist halt mehr so die Idee dahinter, dass die Identität der verschiedenen Berufszweige etwas mehr hervorgehoben ist. Außerdem sieht man hier unten, dass so etwas wie Make-A-Request, das sind diese Nachfrage nach einem Gefallen, deutlich schwerer zu erhalten sind. Die Personen müssen euch mehr mögen und wahrscheinlich auch mehr Gefallen haben, sodass ihr wirklich auch eine Chance habt, da was zu bekommen. Sonst konnte man ja konstant nachfragen, wenn man Prestige hatte, um Geld zu bekommen. Wir haben uns das immer, immer wieder und auch wesentlich weniger, dass die Geld geben, wenn der Abenteuer arm ist. Einfach nur, damit man diesen Boost kriegt. Ich finde es ein bisschen schwieriger, man muss ja irgendwie Geld bekommen und diese einzelnen Aufträge sind manchmal etwas langweilig. Aber die Idee ist halt dahinter, den Abenteuer etwas mehr zu nerven. Ob das die richtige Weise ist, wird sich zeigen. Ich finde die Phase, wo man halt die ganze Geldgrind muss, als Abenteuer ziemlich öde. Und wenn man es halt natürlich noch schwerer macht, weiß ich nicht, dann ist es halt so. Generell wird man weniger Geld bekommen durch diese Make-A-Request, was ja die Sache ist, wenn ihr einen Auftrag erfüllt habt und die Leute danach fragt, kriegt ihr ja immer Geld. Und einen der größten Nerves ist einfach das hier, ihr kriegt durch dieses Main-Camp, was ihr habt, also euer Hauptzelt, nicht mehr so viele Regimente, deutlich weniger sogar, weil vier Stück weniger, wenn es um Limits geht, also dass ihr nicht 10, 11, 12 Kriegsvölker haben könnt, auch schon 870 oder sowas. Und die Größe dieser Regimente wird auch nochmal 5 runtergesetzt. Also was extrem stark ist. Ihr seht, da steht auch hinter Across Multiple Buildings, also verschiedene Gebäude hatten diese Auswirkung und die werden dann runtergesetzt. Aber auch das Hauptzelt ist halt einfach nicht mehr so attraktiv wie vorher, genauso wie halt wahrscheinlich das Lagerfeuer und das Trainingscamp, sodass die Größen nicht so lächerlich groß sind. Wieder da die Frage, ja gut, das ist schon gut, kann man nicht anders sagen, das sollte halt nicht so riesig sein, aber ich hoffe, dass ihr noch immer mit weniger Geld, weniger Regimente überhaupt noch eine Chance haben, wirklich relevant zu sein oder sich nicht total langweilig gezogen spielen, muss man aber sehen. Und ihr seht es auch nochmal unten, diese Modifier von Baggage Train wird auch wieder um 2 reduziert. Auch da wird die X-Volk Regimentergröße oder die, ja doch, die Regimentergröße um 2 verringert auf 1. Eine andere beliebte Methode, die ich auch immer genutzt habe, war natürlich die Küchen zu überfallen, um Geld zu bekommen oder die auszuräumen, weil es einfach wichtig war, Geld zu bekommen, damit man in die spaßige Phase des Abenteuers hineinkommt. Da hat man auch eben die Schwierigkeit erhöht. Wahrscheinlich, wenn man auch immer ein krasser Renkespielcharakter ist, kann man es noch immer schaffen, aber an sich werdet ihr da nicht mehr so einfach vorgehen. Finde ich gut, weil es war schon ziemlich cheesy, dass man einfach die ganze Zeit in die Küchen reingehen konnte und das Geld rausballern konnte wie sonst was. Aber wieder die Frage, wie kriege ich das Geld? Es wird immer weniger. Wo genau habe ich das Spaß? Ich habe keinen Spaß daran, 20 Jahre einfach nur Renkespiele zu machen aus diesen kleinen Aufträgen. Aber wird sich zeigen, es war halt nötig, dass es irgendwie nerfed wird und das ist halt ein dickes Paket, was wir hier bekommen haben. Wesentlich weniger Kriegsvölker, wesentlich weniger Geld durch die Aufträge, die ihr bekommen habt, weil ihr die Requests, diese Anforderungen, Gefallen nicht mehr machen könnt. Ihr könnt auch in die Küchen nicht mehr so ausräumen. Ihr könnt nicht mehr mit Besitztümern Geld bekommen. Wo ihr noch immer Geld durchbekommen könnt, ist ja das, was ich im Eroberer-Video gezeigt habe, mit den Verwaltungsperks. Das ist immer ganz einfach. Ihr könnt aber mit einer Riesenreise da Geld bekommen. Also es ist noch immer der Weg, das zu tun. Ihr werdet nur niemals mehr so eine große Armee haben wie vorher. Eine Kleinigkeit wurde noch verändert, wenn es darum geht, dass man Stammesgrafschaften konvertieren kann. Ihr könnt jetzt eine Interaktion freischalten, wo ihr eben eine Unterstützung anfordern könnt, um eben diese Entwicklung zu schaffen. Das kostet ja sonst immer, glaube ich, 500 Gold, eben bei Verwaltungsreichen noch viel mehr. Und so könnt ihr es halt schaffen, dass ihr wirklich diese Stammesgrafschaften auch in den Bogen umwandeln könnt, ohne da wahrscheinlich komplett bankrott zu gehen. Das ist eine ganz nette Änderung. Außerdem wurde das Römische Reich, was man ja gründen kann, also das alte Römische Reich, antike Römische Reich, so verändert, dass die neuen Politikkarten, die Traditionen auch mit übergehen können und die neuen Invasionen auch wählen können. Das ist eine recht wichtige Sache. Ob das jetzt so relevant ist, wahrscheinlich eben nur für den einen Fall, wo er das noch macht. Aber das sind die Änderungen, die wir haben. Zusammenfassend können wir also sagen, dass jetzt diese Zeit der extrem übertriebenen Abenteurer vorbei ist. Ich finde, dass gewisse Probleme noch nicht so ganz angegangen sind. Das ist oft so dieses, zumindest meiner Meinung nach, dieses so Probleme irgendwie verschärfen im Sinne von diesem langweiligen Grind, den der Abenteurer hat und dafür die schöne Phase länger rausziehen, also bis man zur schönen Phase kommt, wo man wirklich Kriege führen kann. Und das halt auch schwieriger zu machen, wenn man eine kleine Armee hat. Ich verstehe trotzdem absoluten Sinn, warum die Kriegsvölkerzahlen kleiner werden. Es ist halt lächerlich, was sie für Armeen aufbauen konnten. Und dann guckt man bei mir auf den Kanal, was wir da für 16.000er Varega-Veteranen nach, keine Ahnung, 50 Jahren transportieren konnten. Das war halt schon ein bisschen abbasisch. Aber dieses weniger Geld durch die Fallen, so finde ich nicht gut. Dass die Kirchen anders sind, okay. Aber man hätte irgendwas einfügen sollen, wo man ein spaßiges Mini-Event oder sonst was hat, wo Geld dann aus anderen Quellen kommen kann. Ihr könnt ja immer sagen, was ihr so davon haltet. Ich glaube, es ist der letzte Patch. Also würde ich mal ganz klar sagen, bald werden wir euch auch mal ein Video rausbringen zu neuen DLC. Da werden ja wieder neue Dinge kommen und das erste Mal auch neu ins Lebenswandel. Also bleibt immer up to date, abonniert und machst ein Like, da ein Kommentar. Freut den Algorithmus und mich und könnt mich ja sonst irgendwie anders supporten. Haut rein.